ja 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 immer nur ja 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 da steht für mich ein großes fragezeichen im raum des waldes kannst du auch was anderes sagen zum beispiel nein 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 ja 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 ich habe ja schon die beutel geholt um den pilzbefall des erstgebirges zu genießen ein pilzbefall der schimmelpilz kommt da sind nicht ins tomaten drin und das sind dann die pilze die man fallen lässt sind dann gefallene pilze gefällt mir zwar gar nichts wenn man so viele fallen lassen muss weil sie schlecht sind ja im herbst fällt viel